eine neue folge klaus der frauenfußball und heute habe ich einen gast aus der schweiz ursprünglich aus dresden dort ist sie geboren heute tätig in der schweiz bei den grasshoppers zürich frauen herzlich willkommen danke für die einladung bitteschön ich freue mich riesig dass du da zeit gefunden hast es ist nicht selbstverständlich dass auch trainer ja mal zeit finden zum podcast ja wir haben uns kennengelernt beim freundschaftsspiel ganz kurz angesprochen da kam mir so eine richtig freundliche heulen gegen du hast mir gesagt du guckst immer so ernst ist das wirklich so jetzt verlächelt sie also ich kann es selber nicht beurteilen weil ich mich eher selten sehe auf dem spielfeld jetzt direkt aber das ist ein bisschen das feedback meiner meiner mitmenschen meiner umwelt dass ich wenn ich konzentriert bin und in meinem tunnel meinem fokus schon ein bisschen ernster gucken das ist aber jetzt keine absicht oder irgendwie eine fassade ich aufbaue sondern das ist einfach mein mein denkgesicht aber ich versuche daran zu arbeiten dass ich grundsätzlich freundlicher wirken ja natürlich das ist ja nicht muss dass man immer lächelt und lachen muss die menschen interpretieren das eh wie sie es wollen ja du bist ja jetzt in zürich tätig du bist über jener dort hingekommen bist mädchen aus dem osten in dresden geboren wie hat es bei dir angefangen mit dem fußball spielen wann hast du begonnen fußball zu spielen du hast ja selber gespielt genau also ich kann das gar nicht mehr so genau sagen was das jetzt für ein jahr war wie alt ich da konkret war ich weiß dass ich als kind ganz ganz viele dinge gemacht habe von schach spielen über schwimmen leichtathletik und so weiter auch so jugendfeuerwehr gab es da im osten auch bei uns man so ein bisschen auch sich ehrenamtlich betätigen konnte das habe ich gemacht und irgendwann hat meine mama gesagt dann und meine eltern ich muss mich jetzt entscheiden weil die haben dann irgendwie jeden tag mich woanders hin gefahren das war schon ein bisschen stressig wir wurden dann auch nicht direkt in dresden sondern so ein bisschen am ortsausgang und das ist dann schon immer ein stückchen zu fahren und ein riesen aufwand gewesen und ich habe auch noch ein bruder der ja auch noch so ein bisschen auch zeit brauchte genau und ja dann war ich glaube ich so ich würde sagen ich war neun oder zehn oder elf als ich war nicht mehr also nicht ganz jung so wie die meisten jetzt anfangen mit vielleicht sieben oder acht oder sechs jahren zum fußball zu gehen ich war dann schon ein bisschen älter und habe dann stopp zwar dann wahrscheinlich wirklich zehn jugend oder so am angefangen mit fußballspielen in dresden habe ich dafür entschieden weil da die meisten komponenten für die ich ja stehe und die ich so mag an den sportlichen betätigungen einfach zusammenkommen laufen auch sprinten das zweikämpfe führen auch der wettkampf der tägliche wettkampf im training am wochenende und habe mich dann dafür entschieden und habe es bis jetzt auch nicht bereut ja das ist doch super hast du denn mit jungs dann auch zusammen gespielt also tatsächlich nicht von beginn an ich habe beim dresden sc zwei drei jahre lang bei den mädchen gespielt und war dann relativ schnell glaube ich auch eine der besten in den jugendmannschaften und bin dann auf die sportschule gewechselt in dresden auf das gymnasium habe mein abitur abgelegt und habe dann so beginn zehnte klasse übergang zur abitur stufe dann zweimal die woche am morgen training bei dresden teilgenommen bei den jungs und das war für mich extrem wertvoll das war dann glaube ich schon eine b-jugend muss es dann gewesen sein das war natürlich viel körperlicher viel athletischer und das waren aber zwei jahre drei jahre die mich extrem weitergebracht haben kann das auch jetzt im nachgang nur jedem empfehlen ich wollte das gerade fragen kannst du das empfehlen denn jungen mädchen weil da sind ja so ein paar streitpunkte die sagen nee da werden sie überfordert wenn reine mädchenmannschaften gegen jungen spielen dann gibt es dann eben die klatsche ich glaube von dem was ich bis jetzt gehört habe ist es wirklich zu empfehlen ja also es gibt glaube ich keine pauschal lösung und man kann es nicht pauschal sagen jungstraining ist immer gut für mädchen es kommt immer darauf an ja möchte das mädchen ist auch wichtig also mädchen jetzt zu einer mannschaft zu stecken und die fühlt sich da nicht wohl sich integriert der trainer hat da vielleicht auch nicht unbedingt interesse dran an dem thema frauenfußball dann ist das schon schweres thema ich glaube aber wenn das mädchen lust drauf hat wenn es bereit ist sich auch zu messen mit besseren dann ist das schon tolles thema ich finde es aber immer auch wichtig dass mädchen trotzdem auch parallel dazu dann auch ja irgendwann auch anfangen bei mädchen mit zu spielen und zu trainieren weil du musst irgendwann auch mal leader lernen zu sein und du bist bei den jungs in der regel wahrscheinlich immer irgendwie so mittelfeld bereich was die leistung anbelangt so ein bisschen einsortiert vielleicht auch das einzige mädchen das heißt du bist irgendwie immer allein kommst vielleicht rein zum training und so weiter und ich finde es auch wichtig in der ausbildung des spielerinnen auch lernen ein team zu führen auch voranzugehen entscheidungen zu treffen und vielleicht nicht immer nur so mitläufer zu sein das ist ein thema was mich persönlich in der persönlichkeitsentwicklung der spielerinnen schon auch bewegt was wir auch jetzt gerade hier in zürich auch angehen die wir definitiv auch beachten müssen bei der talententwicklung der spielerinnen jungstraining finde ich spannend finde ich wichtig aber nicht pauschal für jede spielerin es muss ja muss einfach passen auch in die vita der spielerin genau also kein muss dahinter wie manche verbands sportlehrer in deutschland fordern ich glaube das wäre kontrapolitisch das muss genau ja dann hast du dich irgendwann mal entschieden so um die 2004 herum trainerin zu werden entschuldigung 2014 du hast ja dann bei bei der usv jena gespielt zunächst in der ersten und der zweiten mannschaft im mittelfeld bist du tätig gewesen als organisatorin als die zehn oder was hast du da gespielt also ich bin tatsächlich erstmal ich will ich nicht korrigieren aber ich bin seit 2004 trainerin tatsächlich ich war also trainerin und spielerin habe also während meiner spieler karriere schon jugendteams u9 u11 u13 trainiert beim ff us pro jena damals noch und ja als spielerin war ich eher so der der variable typ also ich habe von 6 6 8 mittelfeld außen 7 11 auch die außenverteidiger position eigentlich alles gespielt habe glaube ich relativ früh schon für meinen trainer immer eine spielerin abgegeben die ja wissen vielleicht clever ist und vielleicht auch das system besser lesen kann und er hat dann dort gespielt wo mich auch gebraucht hat ich war nie die spielerin die jetzt das mega talent war ich glaube dass ich die arbeiterin war die die rechte hand des trainers viel gesprochen habe auch ja immer kapitän vize kapitän mannschaftsrat gewesen also auch da immer irgendwie eine führungsrolle eingenommen und habe dann einfach relativ schnell gemerkt dass ich ja glaube ich irgendwann auch nach meiner spieler karriere diesen weg der trainerin ja dann auch intensiv einschlagen möchte ja und dann bist du ja nach dem was ich hier so sehe bist du ja dann über die juniorinnen bist du dann ja reingegangen in die frauen mannschaften zu trainieren und dann hast du ja den aufstieg mit karlsas jena geschafft und der war sehr überraschend für alle ja schon weil also wenn man die bedingungen kennt in jena es ist ja immer eine mannschaft gewesen die die finanziellen rahmenbedingungen nicht hat wie der typische normale erstligist auch zu damaligen zeit noch zu keinem männerverein dazugehörig jetzt natürlich zum fd karlsas jena gewechselt aber auch da das ist ein verein in der vierten liga also ist auch kein verein der jetzt irgendwie auf rosen gebettet ist aber wir haben immer schon tolle nachwuchsarbeit gehabt weil wir tolle bedingungen haben mit der sportschule in der naht in kurzen wegen einer sehr sportbegeisterten stadt und genau mit dem mit dem abstieg aus der ersten liga habe ich das team übernommen und wurde da ja angesprochen von der sportlichen leitung des vereins ob ich mir das vorstellen könne ich liebe den verein ich liebe die stadt findet verwurzelt und bin seit damals 18 jahren dort gewesen und war das ja für mich war das einfach ja eine sehr ehrenvolle aufgabe und ja mit der übernahme der tätigkeit wo ich mir eigentlich gesagt versuche das team zu entwickeln das ist eine mannschaft die hat einen allerschnitt von 19 jahren damals gab 20 jahren im schnitt also auch eine sehr junge mannschaft könnte eigentlich noch 20 sein und versucht das team zu formen zu entwickeln dass wir uns da im mittelfeldbereich der liga so ein bisschen auch ein pendeln und ja das hat eigentlich recht gut funktioniert und auch schnell dann auch funktionierten richtung aufstiegs war ja auch nicht einfach vor die corona zeit wir haben unterbrechungen gehabt wir haben zwei drei monate ohne ohne trainingsbetrieb gehabt wo wir nur über videocalls und und einzeltraining gearbeitet haben und kein mannschaftsleben eigentlich in dem klassischen sinne leben konnten und das ist dann schon auch extrem schwierig gewesen für mich als erste profi station schon eine riesen herausforderung aber ich denke dass wir das mit dem trainer team gemeinsam und dem ersten team vor allem auch sehr sehr gut gemeistert haben ja gut ist natürlich auch ich gegen erste erste bundesliga was die zweite frau dort als trainerin nach norah haupte ist das ist das eine herausforderung als frau dann geben zu zeigen ich kann es oder ganz normal also ich muss ehrlich sagen dass ich das ich habe die frage im letzten jahr sehr häufig gestellt bekommen warum ich oder ob das für mich eine auszeichnung ist als einzige frau damals in der liga zu arbeiten aber ich ja warum ist das eine auszeichnung warum ist das eine ehre also ich mache meinen job genauso wie einen mann und man kann diskutieren darüber ob man vielleicht anders führt als eine frau und was ein mann einbringt in diesen job als eine frau aber am ende des tages mache ich den selben job wie den mann auch und ich würde gerne irgendwann nicht mehr über dieses thema sprechen wollen auch überhaupt frauen führungsebenen warum wenn wenn sich jemand qualifiziert diesen job zu tun egal in welchem bereich in der freien wirtschaft im sportbereich dann soll er das auch tun und nicht sich im rechtfertigen müssen dafür dass es eine besonderheit ist dass eine frau eine führungsposition ist finde das finde das schade dass wir da im jahr 2022 immer noch darüber sprechen und hoffe dass es sich nächsten jahren ja auch einfach einpegeln dass wir nicht mal über frauenquoten reden nicht mal über besonderheiten über dinge die ja eine frau mitbringt oder nicht mitbringt deswegen die machen unseren job und möchte auch genau wie jeder andere mit mit meinen qualitäten auch gemessen werden und mein ergebnis gemessen werden und wenn ich irgendwann nicht mal gut genug bin dann liegt es nicht an meinem an meinem weiblichen naturell sondern an meinen qualitäten der öffentlich gereicht haben alles klar ich wollte das auch nicht so da herausstellen sondern einfach die war das gefühl halt nur da als zweite frau zu agieren jetzt bist du nach 18 jahren jener du hast ja gesagt du bist verwurzelt gewesen mit der stadt mit dem verein du hast vieles geprägt hast du den wechsel angestrebt und bist dann in die schweiß gegangen und wie zu lesen konnte ist es schwer gefallen natürlich schwer gefallen wenn man da verwurzelt ist es ist ja auch eine andere kultur eine andere stadt wie war es war ist ein tränchen geflossen also wenn man wenn man weiß dass ich 18 jahre in jener war davor 18 jahre in dresden aufgewachsen bin also merkt man schon dass ich jetzt niemand bin der so ein wandervogel ist und vom verein zu verein ziehen sondern ich mich grundsätzlich auch immer mit dem verein in dem ich arbeite auch identifiziere auch mit der stadt mit der gegend mit der region und ja das ja in der ersten liga die saison die war schon einfach für mich auch extrem kräftezehrend sowohl sportlich als auch von den rahmenbedingungen infrastrukturell was im verein angeht ich habe extrem viel kämpfen müssen für für das team für einfach die bedingungen die erstliga würdig sind und die reden nicht von einem budget von zwei bis drei millionen euro wir reden von dem budget der ist ja ein bruchteil von dem ist was das mittel das mittlere budget eines erstliga klubs ist und wir waren weit weg weit weg von dem budget des tabellen vorletzten muss man auch ehrlich sagen also wir haben also wenig wenig finanzielle mittel gehabt und ich habe dann einfach ja wenn es darum geht mal keine ahnung 200 euro zu bekommen für den team abend oder für neue bälle oder hütchen leibchen wie auch immer es da musst du halt einfach kämpfen und das macht irgendwann macht das müde und ich habe dann einfach für mich ja so ein bisschen die auszeit um die weihnachtsfeiertage ein bisschen genutzt um einfach mal so ein paar dinge auch einfach revue passieren zu lassen und ein paar dinge auch für mich mal ein bisschen einzuordnen sind einfach viele dinge auch für mich privat liegen geblieben wo ich einfach viele viel kraft investiert habe in meiner arbeit die ich einfach investieren musste um den laden so ein bisschen am laufen zu lassen und den erfolg ja zu erzwingen und war dann für mich einfach auch immer relativ ja früh auch klar für mich privat dass ich den weg vielleicht auch nicht mehr weiter gehen möchte in beim fc kalter szene als trainerin ohne mich jetzt bewusst mit dem kopf gedanklich in eine andere aufgabe zu ja zu denken also das war für mich beende des letzten jahres nicht klar und auch gar kein thema ich habe auch viele dinge so ein bisschen durchgesprochen ob man vielleicht eine auszeit mal nimmt oder meinen schritt zurück geht und das sind einfach dinge die wir besprochen haben und irgendwann dann kam im frühjahr das angebot aus zürich auch jetzt habe ich nicht bewusst gewählt sondern dass ich einfach anruf bekommen und wir haben uns einfach angehört auch meine familie und ich waren mehrmals hier und haben extrem tolle gespräche geführt die waren auch gerne delegation hier in deutschland und haben mich also besucht auch spiele besucht und es war einfach eine unfassbare wertschätzung wie ich da auch gespürt habe das war ein unfassbar professionelles arbeiten damals schon und habe mich dann ja so im sommer dann auch entschieden diesen diesen weg zu gehen und habe es wirklich nicht bereut weil ich ja eine extreme professionelle arbeitsweise hier vorfinde tolle tolle menschen auch in dem verein die hier arbeiten die uns am rahmen der männerabteilung auch unterstützen und das hat mir so ein bisschen einfach gefehlt in jener auch wenn ich diesen verein liebe und diesen verein extrem zu verdanken habe glaube ich dass ja irgendwann für den spitzen bereich ist in jener einfach nicht mehr gereicht hat zu den rahmen bedingungen ich denke das wird eine gute zweifeliger saison werden hoffentlich wobei die ergebnisse im moment nicht ganz so dafür sprechen aber es waren knappe ergebnisse und ich denke dass wir eine mannschaft ja hinterlassen haben die jung ist die talentiert ist die bereit ist auch sich entwickeln zu wollen ich denke dass das in jener auch gut weitergeht aber ich glaube dass halt für den spitzen bereich nicht mal reicht und ich mich als trainerin wenn man mich kennt bin ehrgeizig sehr sehr auch erfolgsversessen ich wollte einfach diesen nächsten schritt gehen und ich hatte einfach das gefühl dass ich diesen schritt in jener nicht mehr gehen kann einfach auch weil ich 80 jahres einfach im selben verein war ich musste meine horizonten und horizonten ein bisschen erweitern und mich auch persönlich ein bisschen weiterentwickeln und dieses hamsterrad so ein bisschen auch zu verlassen und habe meine komfortzone ein bisschen erweitert und die jetzt hier nach zürich verlinkt ja das ist ja wirklich klasse und dass man diesen schritt wählt das ist ja kein einfacher schritt wenn man irgendwie auch 40 jahre in biebefeld verwurzelt wenn du dann irgendwo aufs dorf ziehst nach portzahn das ist eine ungewöhnung einfach ist so ja du bist verantwortungsbewusst und so weiter du hast ja auch du hast ja viele aufgaben da übernommen in jener jetzt gibt es ein neues projekt in zürich es ist projekt was ich habe nur gelesen ein projekt was was beinhaltet das projekt bei den grashoppers genau also es ist ein also ein sehr sehr großer verein natürlich mit einer riesen tradition grashoppers zürich das hat mich einfach auch gereizt dass ich einfach zu einem verein wechsel mit einer mit einer großen tradition mit einer mit einer auch ja mit einer mannschaft männer team im hintergrund die einfach auch sportliche erfolge haben vielleicht jetzt nicht im letzten jahr aber eine riesen tradition haben und in der saison ja auch gut dastehen der schweizer liga also da vielleicht nicht so viel chaos herrscht dass man einfach auch ein bisschen ruhiger arbeiten kann und natürlich hängt immer viel von den männern ab von ab und das ist in jedem verein so dass habe ich nicht auf jener bezogen sondern natürlich wenn der erfolg der männer nicht da ist hat das immer einfluss auf die frauenmannschaft weil einfach das geld ein stück weit auch dann zählt sie auch haben hamburgers fauna die melden dann einfach meine frauen abteilung ab komplett weil mit dem abstieg dann einfach geld gebraucht wird und ich hatte einfach ja hier ein gutes gefühl und mit projekt meine ich das einfach krashoppers zürich die frauenabteilung einfach noch am anfang steht mit einem mit einem guten background guten männer abteilung im hintergrund auch mit einem großen verein noch mit mit deutlich anderen rahmen bedingungen was die finanziellen rahmen bedingungen angeht und steht trotzdem noch am anfang der entwicklung weil ja das erst seit zwei jahren wirklich extrem professionell geführt wird mit mit lara diekmann als als general managerin und auch therese merck als deutsche trainerin außer bundesliga und mit mit diesen beiden personalien hat das so ein bisschen fahrt aufgenommen und jetzt sind wir einfach dran dass auch sprich ein bisschen umzulegen dass wir dann auch aufgrund der deutschen rahmen bedingungen jetzt auch den erfolg ein bisschen besser auch sehen auf dem papier und das ist das ziel dass wir ja das das team mal dauerhaft unter den top drei teams in der schweiz auch etablieren und dann auch nach und nach in diese verlangst ein bisschen einbrechen und nach und nach auch diese top teams den fc zürich und sehr werte noch schlagen das hat schon so ein bisschen auch geklappt schon genau richtig auch mit mit deutlich guten leistungen das ist auch wichtig dass wir da uns nicht hineingestellt haben und versucht haben da auf konto zu spielen sondern wir haben gerade gegen den fc zürich das spiel dominiert mit einer guten spielidee mit mit auch einigen tor chancen und es war ein verdienter sieg das spiel gegen servett jetzt am wochenende die knapp 2 1 verloren aber auch zu recht 2 1 verloren aber das ist eine mannschaft die eine unfassbare erfahrung mitbringt mit 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 ich glaube fünf sechs sieben spielerinnen aus portugal in spanien also in der start elf das sind also schon spielerinnen die viel erfahrung mitbringen in einer klasse haben und da war noch nicht ganz so weit aber wir haben noch ein rückspiel nächsten jahr und das sind wir heißen auch das ganze auf unserer seite zu drehen bevor wir zum modus kommen in eurer liga habe ich mir aufgeschrieben ane pochert katja kreulich kreulich und inka dringt frauen trainer power aus deutschland in der schweiz kann man das unterstreichen ich kann das sogar noch doppelt unterstreichen weil wir noch im gewirkenhorst vergessen haben deutsche trainerinnen bei young boys werden richtig also vier trainerinnen aus deutschland mit mir und also ich wurde schon oft gefragt auch also wie das wirkt natürlich ist das vielleicht auch kein gutes zeichen für die deutsche liga für den deutschen verband wenn vier vier trainerinnen unabhängig von qualität nicht qualität einfach aus deutschland weg wechseln sind ja auch drei trainerinnen die ja auch den fußballer haben also auch qualität einfach verloren geht im deutschen fußballverband das kann man auch dazu sagen sicherlich hat jede trainerin ihre eigenen gründe warum sie das tut aber ich denke dass das dem schweizer fußball extrem gut tut weil einfach auch qualität in die liga gekommen ist die liga ist viel offener was den was das thema frauentrainerschaft angeht es gibt durchaus trainer in der schweiz die deutlich mehr trainerinnen auch haben also das würde ich mir für die deutsche bundesliga schon öfter wünschen oder besser wünschen mehr wünschen und kennt aber auch die gründe nicht weshalb da vielleicht vereine weniger den mut haben oder ja die idee haben eine frau einzustellen aber ja wir fühlen uns wohl hier bin ja auch nicht alleine hergewechselt sondern auch mit meinem damaligen co-trainer aus jener christoph schliebe der jetzt hier im marketing arbeitet für den verein und genau habt das und wir haben es nicht bereut fühlen uns sehr wohl ja also fußballtrainer in der schweiz aber ich finde das gut ich muss sagen und wenn der deutsche verband das so oder die bundesligisten also zulassen kann die schweiz nur von profitieren und dass die schweizer mädels fußball spielen können das beweisen sie ja international das kann man schon sagen sind ja viele die eine internationale karriere haben ja der modus in der schweiz da würde mich mal interessieren jetzt habt ihr acht mannschaften die eine qualifikations- und finalrunde nachher spielen für die zuschauer wäre mir vielleicht wichtig wie geht das alles ab genauer sind insgesamt sind zehn mannschaften der liga die plätze neun und zehn spielen so eine playoff runde mit den beiden erstplatzierten aus der nlb quasi der zweiten liga in der schweiz das heißt wenn du auf dem letzten platz bist und diese playoffs dann gewinnst kannst du trotzdem noch die liga halten also das ist ja kann man drüber diskutieren ich bin nicht so ein freund davon und das gleiche prinzip ist für die top acht mannschaften der liga das heißt der achte spielt dann gegen den ersten hin und rückspiel der siebte gegen zweiten und so weiter hin und rückspielen da gibt es dann entsprechend dann noch die die finalspiele wenn du weiterkommst kommst du spielst du dann halbfinale und dann finale und also am ende ist das was in der liga passiert gar nicht so wichtig weil am ende die playoffs entscheidend sind ich für eine mannschaft für eine entwicklung der mannschaft finde ich nicht so gut weil du natürlich ein ganzes jahr lang irgendwie viel investierst und dann eigentlich am ende die punkte ausbeutel nur darüber entscheiden ob du gegen den zweiten oder dritten spielst der tabelle oder gegen den fünften aber am ende wenn du ja die playoffs dann für dich entscheidest vielleicht sogar verletzungspech hast und in der liga eigentlich 15 spieltage lang irgendwie richtig gut gespielt hast und viele punkte eingesammelt hast und am ende dann irgendwie die playoffs verlierst aus irgendwelchen gründen tagesform und vielleicht auch verletzungspech wie auch immer dann bist du raus und das ist finde ich ja also für mich als trainerin ist es kein spannender modus für die zuschauer sicherlich weil du natürlich noch mal die spannung hoch fährst du hast dann einfach ko spieler die natürlich für den zuschauer im stadion klasse sind weil du einfach alles in die wachschale legen musst aber so für die sportliche entwicklung in meinen augen ja ich bin kein freund von du hast von zuschauern gesprochen ist interessant für die wie ist es denn im augenblick mit dem zuschauer durchschnitt ist der auch gewachsen so wie meinetwegen england und in deutschland die letzten spieltage hat man gesehen in deutschland durchaus angewachsen ja also ich denke schon dass da mehr zuschauer kommen ich kann das nicht für andere mannschaften sagen ich kann nur für uns sprechen wir haben da schon also jetzt in den letzten beiden heimspielen wir hatten ja nur zwei bisher also zwei dreihundert zuschauer mehr als sonst weiß nicht woran das liegt wir haben natürlich auch die 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 in das stadion gewechselt also sind quasi von einem kunstrasen gelände wo du keine sitzmöglichkeiten hast in den stadion gewechselt wo wir auch mit rasen spielen der eine extrem klasse qualität hat mit auch einer überdachten tribüne mit einem wipp bereich mit 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 catering und so weiter das gab es vorher nicht ich kann jetzt nicht beurteilen ob das jetzt daran liegt dass wir einfach die die rahmenbedingungen verbessert haben oder ob das die em ist aber man spürt schon auch diesen ruck in der schweiz na also wir reden schon mehrere frauen fußball definitiv aber ob das ist nachhaltig ist kann ich nicht zum jetzigen zeitpunkt nicht nicht beurteilen ja gut das hattest du vorhin mal angeschnitten die ersten spiele nur mal für die zuschauer ihr habt gegen servit gemp habt ihr zwei eins leider verloren zuvor habt ihr fc zürich geschlagen jetzt ist servit gemp tabellenführer und ihr seid ja auch im dritten platz mit dieser ein niederlage also ist alles noch drin wenn du jetzt sogar mit das interesse ob das gestiegen ist ja gut das weiß man das weiß man halt nicht ob es nun an dem wechsel liegt ich denke mal schon weil freiburg ist ja auch gewechselt von dem einfachen stadion in das große und auf einmal kamen da mehr zuschauer also dieses ja das drumherum ist natürlich für die zuschauer dass du dich vernünftig hinsetzen kannst dass du catering hast diese sachen sind meine ich ja groß großer bestandteil davon dass eben halt die leute animiert werden kommen auch die stimmung genau deswegen haben wir es auch gemacht aber ich kann jetzt nicht beurteilen ob das jetzt an der em liegt weil das die eingangsfrage war oder einfach an den rahmen bedingungen ob da vielleicht ein fan mehr oder weniger jetzt gekommen ist durch eine erfolgreiche frauen em in england das kann ich nicht beurteilen aber also man spürt schon dass wir einfach mehr interesse haben und mehr zuschauer kommen das genießen wir auch sehr und das wollen wir einfach nutzen für uns und ja weiter auch werbung machen für den frauenfußball hier in zürich und in der schwelg vor allem jetzt hattest du so ein bisschen von der wird geschwärmt dass die so einen tollen kader haben aber ihr habt ja auch gerade mit jungen spielerinnen aber auch mit älteren erfahrene spielerinnen wie die rinas wienerreuter an der blesse da habt ihr ja auch ja zu diesen jungen generationen habt ihr ja auch erfahrungen absolut und ist also das ist natürlich also lara diegmann unsere meine chefin ist also auch ein profi was das angeht also selber auch profi gewesen spielerin also die hat auch schon gutes gefühl für die karte zusammenstellung ich habe da jetzt gar nicht den ganz ganz großen anteil daran weil natürlich mein wechsel relativ spät erst fest stand so dass ich jetzt noch nicht in allen wechsel und vertrags sprich mit drin saß aber zwei drei spielerinnen habe ich mir einfach gewünscht habe ich auch bekommen aber ja der karte ist hat eine ist sehr ausgewogen also wir haben durchaus auch mehr nationalspielerinnen als nur die genannten jetzt wobei andere jetzt kein nationalspieler mehr ist in dem klassischen sinne aber eine spielerin mit extrem viel erfahrung aber wir haben also sechs sieben nationalspielerinnen hier verschiedener länder das merkt man schon das spürt man dass sie einfach auch ein paar spiele in europa auch bestritten haben international und dass das hilft einfach den jungen jungen spielerinnen hat man schon so ein bisschen das problem dass wir ja das zu wenig erfahrung dabei war und und zu wenig erfahrung einfach für für zu viele junge spielerinnen dass du einfach die auch ein bisschen an die hand nimmst und führst und das machen einfach gerade so ja rei also rinast und blässe anna blässe wirklich sehr 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 geduldig und mit viel viel energie die form nachenträgen sich spielerinnen ranholen und noch vier augen sechs augen sprechen sehen auswerten im spiel und das training das ist unfassbar gut und das hilft uns weil das ist ja das ziel wollen talente auch entwickeln deswegen habe ich mich auch für zürich entschieden weil wir bewusst diesen weg auch gehen mit jungen spielerinnen in der ausbildung das macht jetzt zum beispiel zum beispiel jetzt servett nicht so setzen bewusst auf erfahrene spielerinnen die sie einfach einkaufen und verpflichten und wenn damit dann einfach den erfolg so ein bisschen auch erzwingen wollen würde ich mal sagen aber wir haben bewusst auch die nachwuchs abteilung umstrukturiert neue trainer eingestellt versucht dann mehr mehr qualität rein zu bekommen und das sind einfach dinge die jetzt so nach und nach ein bisschen greifen und das ziel ist es einfach diesen weg auch weiter zu gehen mit 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 gespickt mit erfahrenen spielerinnen wir haben auch martha casala die spanische spielerin ist die mitte zwanzig ist und schon in der spanischen ersten liga gespielt hat bei verschiedenen vereinen also auch da viel viel erfahrung mitbringt die als vizekapitänin auch vorangeht und das ist ja ganz ganz tolle mannschaft sehr ausgewogen sehr ja sehr interessant auch zu entwickeln und wir merken jetzt einfach dass wir nach und nach einfach auch die die zahnräder so ein bisschen ineinander greifen dass wir unsere spieler die immer mehr auch implementieren können und ich bin extrem gespannt und vorfältig auf das was in den nächsten wo das noch passiert ja gut ihr habt ja wirklich ihr habt aus der schweiz viele spielerinnen dann habt ihr aus spanien hast du ja schon gesagt dass alle die martha casala habt dann habt ihr aus china dann habt ihr aus china genau dann habt ihr aus kroatien noch eine spielerung aus ungarn österreich habe ich ja schon angesprochen also auch international geschickt das ist finde ich ganz gut und wenn dann an der blässe sich da noch mit einschaltet und und da spielzüge sich anguckt dass die rei das auch noch mit macht ich habe das ja gesehen bei dem freundschaftsspiel am spielfeldrand die rei auf der bühne und so die gestik und dann immer wieder versucht die mannschaft so ein bisschen zu motivieren das fand ich wirklich klasse muss ich sagen ohne jetzt die kompetenzen der trainerin irgendwie zu beschneiden ja in dem augenblick ja absolut also man braucht als trainer auch ein bisschen eine base in der mannschaft und und auch spielerinnen die so ein bisschen auch jetzt den rücken stärken auch ja so ein bisschen auch dir helfen ich meine ich kriege das auch nicht alles alleine hin wir haben jetzt auch nicht das riesen trainer team man sagt man hat jetzt vier co-trainer oder drei und kann das ein bisschen aufteilen und ich profitiere extrem von der erfahrung der spielerin ich so auch den ständigen austausch mit mit den spielerinnen auch mit den anderen spielerinnen jetzt auch martha die spanierin die natürlich noch mal eine ganze andere komponente mit reinbringt und das sind einfach dinge die mich auch weiter bringen und das besteht mich in meinem in meiner in meiner wechsel ja absicht dass ich einfach mich jetzt richtig entschieden habe für mich auch einfach noch mal als trainerin mich noch mal beweisen zu müssen und mit solchen spielerinnen zu arbeiten glaube dass das in meinem vorhergehenden verein ist nicht möglich gewesen wäre was die das kaliber angeht aufgrund der finanzen einfach und das kann ich jetzt hier einfach noch mal erleben und ich bin extrem ja stolz darauf mit diesen spielerinnen arbeiten können ja man muss ja mal offen sein als trainer oder trainerin dass man auch die worte der spielerinnen annimmt also man kann sich ja auch abgapseln man kann ja sagen ich bin der trainer ich bin aber magert nummer zwei nein muss offen sein die spielerin dürfen zu einem kommen und können das damit besprechen ja ich finde das ich finde das toll wenn du gehst du gehst jetzt auch so ein bisschen in die jugend mit rein habe ich das richtig vernommen dass du auch so ein bisschen die spielkultur in die juniorinnen reinnehmen genau also in jener was also in zürich ist so dass wir auch einen technischen leiter nachwuchs haben der auch fest angestellt ist ja also ich also wirklich ja dann auch um die um die belange des nachwuchses kümmert ja also ja so ein bisschen auch mit mir eng zusammenarbeitet wir im ständigen austausch sind und wir haben jetzt einfach uns mal so ein bisschen zusammengesetzt und mal geschaut okay dass wir eine spielidee für die für die grafsoppers entwickeln das muss nicht zwingend immer diejenige sein die ich bevorzuge aber wir haben versucht mal so ein bisschen für alle nachwuchsteams runtergebrochen dann auch in der trainingsarbeit eine spielidee zu entwickeln die auch alle spielerinnen mitgehen und auch ein bisschen hinterfragt wofür steht denn grafsoppers wofür steht denn der frauenfußball in der schweiz und wir wollen uns ein bisschen abheben und haben jetzt eine spielidee entwickelt gemeinsam die wir auch in den frauenmannschaften auch spielen wollen und da geht es viel um um energie um um athletik um um tempo und um vertikalität und das sind themen die wir jetzt so nach und nach unten mit einem einbauen wollen und haben dann auch schon die ersten erfolge also die die ganz jungen teams die spielen ja auch in jungsmannschaften mit oder gegen jungsteams mit und versuch also sind auch sehr sehr erfolgreich und das wollen wir auch so nach und nach weiter nach oben durchführen dass wir da viel mehr talente noch gewinnen können ich versuche viel am trainingsbetrieb teilzunehmen ich mache talentetrainings am morgen mit mit den top talenten vom verein und das sind dinge die ich wo ich einfach mich einbringen möchte weil ich mich da auch sehr in der entwicklungsmaschine dass ich mit niemand bin der vielleicht jetzt mit mit einer riesen erfahrung aus einer englischen liga kommt und damit 15 nationalspielerinnen zusammengearbeitet hat die vielleicht auch fertig sind sondern ich sehe mich schon eher als trainer der ausbildet der entwickelt und und mit jungen talenten noch arbeiten kann und sie auf dem weg zum profi dasein auch begleitet und ich denke dass bisher ganz gut gemacht habe es mir gut gelungen ist und meine stärken dann einfach hier auch einbringen kann ja stärken einbringen wie viel wie viel zeit investierst du da als profi trainerin du musst ja auch deine erste mannschaft professionell begleiten wie viel zeit investierst du dann dann für den nachruf also ich kann das in stunden nicht abmessen wir haben regelmäßig meetings pro woche wo wir uns also gezielt auch an festen terminen treffen dann trainieren wir natürlich auf dem campus hier auch gemeinsam mit der u19 zum beispiel das heißt also wir sehen uns auch täglich auch mit dem u19 trainerteam da ist man im ständigen austausch und am wochenende ich schaue ich mir mal das ein oder andere spiel an also das sind jetzt kann das in stunden nicht abmessen aber oder bemessen aber ich glaube der trainerjob ist so vielfältig dass man gar nicht sagen kann wo die zeit dann irgendwo verloren geht wo man zeit investiert ich habe einen vollzeitvertrag hier und bin hier alleine meine familie ist aktuell noch in deutschland und habe also auch ein bisschen zeit muss dann nicht vielleicht abends zu einer bestimmten zeit zu hause sein weil dann noch die familie die ich noch sehen möchte deswegen habe ich ein bisschen mehr zeit und auch ein bisschen mehr ruhe und die zeit nutze ich auch ich arbeite sehr viel das weiß ich auch und muss mir bestimmt auch mal ein paar freizeiten auch nehmen aber im moment macht es einfach extrem viel spaß weil du merkst dass was passiert dass der erfolg auch kommt und für diesen erfolg tue ich alles ich bin dann schon jemand der so ein bisschen auch der ist besessen und ich versuche das aber positiv besessen würde ich sagen ja also ja ja man kann ja auch negativ besessen sein ich musste sagen also wirklich klasse was du da sagst und das wissen viele wahrscheinlich gar nicht was du da investierst an zeit und ja frauen power und was man alles so sagen kann bin ich bin ich klasse ich hab's auch nicht gewusst bin ich toll viele spielerinnen aus der schweiz spielen und im ausland ist das ein fluch oder ist das ein zu sägen also ich weiß ich nicht also natürlich sind die als die schweizer liga vielleicht ist nicht die top liga in europa deswegen für für die entwicklung spielerinnen sicherlich gut auch woanders zu spielen viele spielen ja in deutschland vor allem und auch nicht weit weg also freiburg zum beispiel das ist ja aus der schweiz ist nicht ganz weit entfernt also ich finde ich finde es gut dass einfach die schweizer liga auch gesehen werden dass auch die schweiz und das so sehe ich es einfach auch die schweizer liga ein sprungbrett sein kann für spielerinnen und das hört man schon noch in vielen gesprächen dass wenn wir jetzt einfach auch erfolg haben und die berater auch diese rückmeldung geben dass die spielerinnen sich wohlfühlen und spüren dass sich was entwickelt hier das einfach auch dann das ein karrieresprungbrett sein kann und das weiß ich auch das sollte vielleicht irgendwann mal in eine andere richtung gehen dass man vielleicht auch mit spielerin vielleicht mal fünf sechs sieben acht jahre arbeiten kann aber im moment ist es so dass ich glaube so die das liga erste liga drittel der schweiz ist schon wirklich qualitativ sehr hochwertig und dann fällt ein bisschen hinten ab das ist schade aber ich denke dass wir nach und nach ja auch mit den trainerinnen jetzt die nach nach in schweiz wechselt sind auch da qualität einfach auch gewinnen und müssen viel mehr im nachwuchs noch machen und der talententwicklung da ist der verband auch gefragt und da sind wir dran und in vielen gesprächen vor allem auch lara diekenmann die da natürlich auch als schweizer rekordnationalspielerin da auch großes ansehen genießt und und dafür auch ja pioniersarbeit leistet und wir müssen da einfach jetzt weiter dran bleiben aber ich denke dass das ob das jetzt fluch oder segen ist kann ich nicht will ich nicht beurteilen weil das für die spielerinnen sicherlich ein segen ist einfach in einer guten mannschaft zu spielen ich meine wenn man sich die ja die deutsche bundesliga anguckt da gibt es ja auch nationalspieler die woanders spielen im männerbereich zum beispiel und auch im frauenbereich also je nachdem wie es für die spielerinnen einfach passt wo sie sich am besten entwickeln kann ist das doch eigentlich eine schöne auszeichnung für den für die für das land dass viele schweizerinnen auch gesehen werden da wollte ich hin da wollte ich hin und freiburg ist da ja so ein vorzeigefahren sage ich mal der viele schweizerinnen die möglichkeit und gelegenheit gibt bei denen zu spielen und auch erst mal in der ersten liga und dann zum größten teil stamm spielerinnen gut kommt kommen wir langsam zum schluss was wünscht du dir für den frauenfußball allgemein jetzt für die schweiz für deutschland auch welche wünsche hättest du da was kann man an was könnte besser laufen also ich wünsche mir erstmal eine faire eine faire diskussion über den frauenfußball mit weniger mit weniger vorurteilen und weniger auch sehr schlimm und unter der gürtellinie liegenden aussagen zum thema frauenfußball und also frauenfußball ist also berechtigte sportart die die gleichwertig ist zu allen anderen sportarten natürlich kann man jetzt vielleicht männerfußball mit dem frauenfußball was die atletik angeht das tempo angeht nicht vergleichen aber wenn man die em gesehen hat es eine unfassbare qualität auch und sehr schön auch anzusehen gewesen und ich würde mir wünschen dass wir ja einfach fair über den frauenfußball sprechen dass wir uns mit solchen vorurteilen und solchen aussagen die extrem bösartig sind nicht mehr auseinandersetzen müssen dass wir gesehen werden die die sichtbarkeit transparenz ist extrem wichtig dass wir einfach einfach auch die chance haben unsere sportart unseren fußball auch zu zeigen und ich denke dass wir uns nicht verstecken müssen und merkt es jetzt hier in zürich dass viel mehr leute uns wahrnehmen dass das ganze team kommen dass wir dass auch alle spiele gefilmt werden das ist schön und ich denke dass wir da auf einem guten weg sind und andere länder machen es ja vor england spanien die es einfach auch ein bisschen ja auch zwingen dass einfach vereine frauenfußball fördern müssen vielleicht muss der dfb sich da auch ein bisschen hinterfragen auch der srv der schweizer verband um da vielleicht den frauenfußball diesen entscheidenden push zu geben und das würde ich mir wünschen dass wir da einfach gemeinsam im positiven sinn über den frauenfußball sprechen jetzt kommen wir zum schluss sichtbarkeit hast du heute gezeigt war ganz wichtig das gespräch dass du hier mal auch bestimmte themen angesprochen hast wird auch unangenehme themen hast viel gesagt über die schweiz über deinen verein vielen herzlichen dank dafür ich wünsche dir viel erfolg als euer projekt auch gelingen wird dass du auch zeit bekommen das entsprechend umzusetzen schöne grüße an die die man und vielen herzlichen dank dass du da warst noch mal vielen dank auf die alles gute und hoffentlich bis bald ja bis bald